Jetzt sind wir hier irgendwo drin. Okay. Ob die Salescore schon erledigt ist? Wieso erledigt ist? Die Tür geht nur mit dem Türöffner auf. Verdammt! Ja, alles hat keinen Sinn so richtig. Gut, der führt also dahin. Interessant. Interessant. Gehen wir mal nach oben. Wie viele Etagen es hier einfach gibt. Mann! Was ist hier? Hi! Ich finde die Schwachstände deiner Pokémon und bewege sie. Naja, berechne du mal in der Zeit. Mach ich das schon mal fertig. Flöldubal. Flöldubal. Flöldölölölölubal. Stamper! Oh, Tackle ist nicht schlecht. Tackle ist super. Kannst ruhig weitermachen mit Tackle. Der Schwan Volltreffer. Ultraschall ist scheiße. Das mit hörst du mal bitte auf, direkt. Natürlich geht... Oh, Flöldrück direkt daneben. Ist klar. Hm. Ist klar. Ist so belastend, ne? So, Level 28. Kling, 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 kling! Schön was auf die KP drauf. Schön auf den Angriff. Sehr gut. Smogon. Ja, wir müssen weitermachen. Nützt ja nichts. Wir können ja mal probieren mit Furienschlag, ob das ein bisschen mehr abzieht vielleicht. Ne. Wahrscheinlich nicht. Dreimal getroffen. Ne, das bringt nichts. Und die Rauchwolke. Einfach schön. Schlammbad nützt natürlich nicht viel. Könnte aber vergiftet sein. Ne, geht noch. Er kommt aktuell auch sehr gut durch mit Stampfer noch. Trotz Rauchwolke. Wir müssen es weiter probieren. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann haben wir Smogon auch da und das ist ganz gut. Und Magneton. Ja, da kommt dann wieder Naso zum Einsatz. Unser gutes altes Nidoqueen. So, dann gehen wir mit Schaufler drauf. Das dürfte Magneton auf gar keinen Fall aushalten. Und schwipp. Sehr gut. Ah, sehr gut. Forscher Fabian. Er hat mich besiegt. Stimmt. Gibt es hier irgendwas außer einen Teleporter? Ne. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte in den Teleporter. Oder ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Hi. Ach, Mann. Ich bin einer der vier berüchtigten Rock nicht schon wieder. Mann. Ihr Spastarde. Geh weg. Golbat. Mann, da habe ich gar keinen Bock drauf auf euch. Ach, ach, ach. So, mit Stampfer draufhauen. Ja, er zieht halt nicht wirklich viel ab, ne? Biss. Ist halt auch nicht nicht effektiv, der gute alte Biss. Und wir schrecken natürlich zurück. Ähm, dann gehen wir mal auf Lucky Grad. Ja, Biss ist halt Unlicht, ne? Und Unlicht ist, wie gesagt, nicht nicht effektiv. Ja, Surfer. Sind zwar verwirrt, aber komm. Ich weiß nicht, wie ich den Fehler machen konnte, dich Lucky zu nennen. Aber, bringt gar nichts. Eine Rauchwurge, du bist außer Gefecht gesetzt. Eine, einen Konfustrahl, du bist außer Gefecht gesetzt. Das ist ja unnormal. Traumato. Mhm. Könnten wir eigentlich auch mit Lucky weitermachen. Traumato könnte natürlich irgendeine Elektroattacke können, aber... Ob das wahrscheinlich ist, ich weiß nicht. So, Surfer könnte Autsch machen. Ja, Surfer macht groß Autsch. Rauchwolke, na klar. Äh, Giftwolke meine ich. Ist schön, freu ich mich. Dass wir jetzt auch noch vergiftet sind, ist super. Und immer noch verwirrt, klar. Erstmal 18 Runden verwirrt sein. Ach, ein Traum. So, okay. Traumato ist weg. Und Hypno kommt als nächstes, na klar. Oh nein, ah, oh, fuck it. Es ist saugefährlich. In der Psychokinese-Einsatz sind wir, sind wir auf jeden Fall down. Ist natürlich schon scheiße, ne? Ist schon mächtig scheiße. Kopfnuss will er machen. Damit wäre ich einverstanden, glaube ich. Das ist aber nicht cool. Das ist aber mal gar nicht cool. Äh, Konfession. Das durften wir aushalten. Ja. Das war ganz gut. Aber verwirrt natürlich. Na klar. Natürlich, sind wir direkt verwirrt. Ist doch logisch. Viel Pech, man einfach in einem Pokémon-Durchlauf haben kann, ne? Es ist... Nee. Es ist... Es ist ja unfassbar. Es ist ja unfassbar. Wie viel Pech kann man denn haben? Das ist unglaublich. Echt. Es ist... Also, nee. Steige ich nicht mehr durch. Wann hat die Supertränke raushauen hier? Diese behinderte Zwischenanimation auch, ne? Was sie sich dabei gedacht haben, weiß kein Mensch. Dann hauen wir schon mal einen Hupertrank raus für Graxa. Ja, super. Freu mich. So, hier ist nichts weiter. Oh Mann, Alter. So, nehmen wir mal diesen komischen Teleporter. Stehen wir hier neben so'n... Ich hörte ein Kind laufen. Ey, ich hörte ein Kind laufen auf dem Gebäude herum. Ja, das bin wohl ich. Das bin wohl ich. Okay. Das ist schon okay. Ähm. Na, Nilo kann kein Mensch nicht vergiftet werden. Das ist schon okay. Aber paralysiert er für natürlich. Oh, ist der Hass, Alter. Ja. Das Treffen wäre nicht schlecht. Wird aber nicht down gehen davon. Wollen wir nochmal Schaufler. Kreideschrei, okay. Alter, was das noch werden soll hier. Ohne Scheiß mal, ne. Was das noch werden soll. Da bin ich so gespannt noch drauf. Schluss, aus. Leck mich doch. So, was gibt's hier Schönes? Ah, Türöffner, okay. Ähm, was ich natürlich jetzt noch machen möchte, bevor ich's wieder in acht Jahre vergesse. Oh, geht das nicht schneller? Geben. Natürlich, äh, Kraxa. Eisen, Verteidigungswert, Angriffswert. Hm. Abheb bloß, okay. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. Heiter, weiter. Zolle den Team Rocket gefällt jetzt mehr Respekt. Niemals! Gespastis! Hm. Hm. Trinken. Oh, Hypno. Echt jetzt. Das ist nicht so cool. Hypno ist sowas von gar nicht cool. Abgesehen davon, dass es scheiß hässlich ist, sind wir jetzt auch wieder vergiftet. Das ist einfach super. Nebenkampf, eine Statusveränderung. Muss einfach. Das ist das absolute Minimum. Hält da gut aus, tatsächlich. Angriff steigt jetzt. Oh, wir versuchen es mal mit Biss. Na, zieht auch nicht mehr ab. So, dürfte down sein. Jawohl. Wenigstens das. Hust, 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 hust. Ah, ich habe jetzt keine Lust gehabt zu husten. Sorry. Ich bin immer noch ein bisschen Depri. Äh, Supertrank. Okay. Da müssen wir jetzt wieder umkehren. Komisch, wie einfach läuft. Wie komisch das aussieht. Ach man, jetzt komme ich hier nicht dran vorbei. Wie affig. So, ein Forscher-Dude. Ein Teleporter-Dings. Aber wir haben jetzt auch einen Türöffner. Ha. Dies. Und ein Protein. Aha. Wow. Und noch ein Türöffner. Also, noch eine geöffnete Tür natürlich. Powerpunch. Richtige Scheiß-Attacke. So. Also, diese Geräusche in dem Spiel, ne? Wir entwickeln in diesem Labor neue Poké-Belle. Aha. Seid ihr stolz drauf, ja? Ach ja, klar. Direkt ist mal Magnet an den Start. Okay. Macht doch nix. Ähm. So. Super-Schall geht zum Glück daneben. Wie gerne hätte ich einfach mal Erdbeben oder so. Nicht immer diese Scheiß-Schaufler. Scheiß-Zwei-Runden-Attacken. So. Magnet ist schon mal weg. Das ist gut. Level 29 für Graxa. Graxa. Ja. Fels-Wurf. Ach, wenigstens was. Wenigstens mal eine Stein-Attacke. Auch wenn die Scheiße ist. Ziemlich ungenau auch, oder? Ja. Machen wir einfach mal... Krieg ich Masse dafür weg, ne? Machen wir einfach mal weg. Fels-Wurf. Wow. Super-toller-Attack. Smogon. Hm? Wechseln wir doch direkt mal wieder. Probieren wir unseren super tollen Fels-Wurf aus. Burkhard. Okay. Herr Burkhard. Bin ich einfach schneller als Smogon oder war das wie Flink-Klaue jetzt? Weiß gar nicht. Okay. Fünfmal getroffen. Tot. Das ist ganz nice. Und Smog-Mog. Ja, wir müssen... Könnten zwar auf Totok wechseln, aber die Gefahr der Explosion... Oh Mann. Ich hasse das. Kann man die Attacken nicht irgendwie rauspatchen oder so? Richtig affiger Scheiß. Gott sei Dank. One-Hit. Und nochmal Magnetilo. Naja, also was heißt nochmal? Noch ein Magnetilo jetzt. Hätten wir auch Fels-Wurf eigentlich machen können, aber ist auch egal. Ei, 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 ei. Das ist echt... Das kann noch... Es wird noch spannend hier. Sag ich euch, wie es ist. Es wird noch spannend. Zu spannend vielleicht. Finito. Aus und vorbei. Bye.